Hier ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanal-Info. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid. Denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben. Natürlich auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und und und. Und auf Twitch natürlich, stream ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ich euch dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasse. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da. Und zeigt es mir, dass es euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare. Ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Heute spielen wir wieder eine Deathrun-Map zur 200 Plus Level Easy Deathrun. Die Map ist wieder vom Map-Aussteller Yuri. Den kennen wir schon. Wir haben von ihm schon eine 150 Plus Level Easy Deathrun-Map gespielt. Bei der es ordentlich XP gab. Ich kenne die Map bereits, weil ich sie schon gespielt habe. Ich weiß, dass es die XP gibt. Ich weiß, dass es Secrets gibt. Steht auch gerade da. Ja, zum Levelaufbau. Es ist wieder sehr abwechslungsreich. Also das feiere ich hart bei Yuri. Da gibt es selten mal das ein oder andere Level, das sich wiederholt. Ähm, farbenfroh ist er so. Naja, muss ich ehrlich sein. Es könnte farbenfroher sein. Aber ich feiere Yuris Maps und hier sieht man, dass ich halt tatsächlich schon einmal gespielt habe. Aber tatsächlich auch nicht alle Secrets eingesammelt habe. Bonus Level, die kommt tatsächlich noch dazu. Die gibt es leider noch nicht. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Und für den ersten Coin gab es einfach mal 2000 EP. Das ist sehr entspannt und ihr seht, über 100 EP pro Checkpoint. Das ist babamäßig. Also es lohnt sich, Yuris Maps tatsächlich immer mal wieder zu spielen. Nicht nur einmal, sondern 2, 3, 4 Mal. Auch wenn die Maps irgendwann langweilig werden sollten. Ist es aber so, für die, die kaum Zeit haben, Solo zu spielen. Oder eher, ja, schlecht im Solo, Trio, Duo oder whatever sind. Die dann eher sagen, ich spiele lieber so eine Map hier. Können das machen und ernten auch so XP. So, natürlich, ähm, Dingsbums suchen nebenbei. Ich weiß halt tatsächlich auch nicht mehr, wo die anderen waren, die ich schon gefunden habe. Aber, ja, Sprinten, Klettern ist natürlich wieder aktiv. Das ist richtig schön. Ähm, hier haben wir sogar schon das erste Achievement. Schaut es an. Leider keine XP. Ich weiß nicht, ob ich beim ersten Durchgang XP bekommen habe. Bin ich ganz ehrlich, sowas merke ich mir nicht. Hier kann man seine Coins wieder wunderschön eintauschen. Allerdings dieses Mal nur gegen 1000 Gold. Und nicht gegen einmal 100 Gold oder so. Als ich demnach das erste Mal gespielt habe, ist mir tatsächlich was aufgefallen. Ne, 100 Gold? 250 sind das, glaube ich. Ich konnte tatsächlich nur ein einziges Mal, ähm, dort die XP eintauschen. Die anderen, äh, Coins, die ich dann dort ausgegeben habe, für die gab es tatsächlich überhaupt nichts. Was mich ein bisschen enttäuscht hat, muss ich sagen. Das kenne ich so von Juries Maps überhaupt nicht. Aber wer weiß, vielleicht wird das alles noch kalibriert und eingestellt, da die Map gerade mal auf der Version 4 ist. Die ist auch noch nicht so alt, die Map. Die ist, ja, seit der neuen Season raus, würde ich jetzt mal behaupten. Und, ja, bis jetzt, ihr seht, schön abwechslungsreich, die Map. Ja, und mein erster Tötz. Es gibt im Übrigen auch für die Spielzeit tatsächlich XP. Wer die Map selber spielen will, Map-Code wie immer in der Videobeschreibung. Und ansonsten kann ich eigentlich nicht mehr viel dazu sagen, tatsächlich. Wir genießen jetzt die Map. Sowas hier feiere ich tatsächlich überhaupt nicht. Aber egal, das gehört zur Map dazu. Und ihr seht, die XP rendieren sich tatsächlich wieder ordentlich. Na, komm. Und ihr seht, bis jetzt, wir sind bei Level 40 und überhaupt nichts. 250 Gold-Train für XP. 3400 gibt es dazu. Nice, nice. Also, das feiere ich tatsächlich immer richtig hart an Juri. also XP gibt es massig. Die Maps sind abwechslungsreich. Ihr seht, irgendwie Sprinten verbraucht gar keine Ausdauer. Immer schön dauerhaft Sprinten und die Map ist bei Zeiten durch. Wenn man nicht so auf die Secrets achtet, wie ich. Und, ja. Es ist sehr entspannt. Und das kennen wir tatsächlich von Juri überhaupt nicht. weil in der letzten Map hat er sowas nicht mit eingebaut gehabt. Aber, das ist mal wieder Abwechslung pur, würde ich sagen. So. Sesam, öffne dich. Aha, ich sag ja, ich kenn die Maps schon. Söchen. Gleich haben wir es geschafft. So, was mich hier tatsächlich stört, sind die Wolken. Weil man hier auch gerne mal, wenn man scheiße springt, ähm, man kommt hier nicht weiter. Man bleibt einfach stecken. Man ist duckt fest. Aber, es ist Abwechslung. Das kennt man so nicht von den ganzen Maps, die man sonst spielt. Und das feiere ich halt bei den Maps von Juri. Hier ist Abwechslung pur. So eine Dinger feiere ich tatsächlich auch nicht wirklich. Vor allem, wenn die so schräg sind. Genau deswegen. Aber gut, man selber kann es sich ja nicht aussuchen. Oh Gott, wir waren bitte hier. Ah, okay. Und ihr seht, ich achte gar nicht auf die Secrets, weil die sind mir tatsächlich auf der Map irgendwie egal. Denn die Secrets bringen nichts, also keine XP. Okay. Und ja, also warum noch extra danach Suche? Und da oben ist tatsächlich ein Secret versteckt, sehe ich gerade. Direkt über Eivors Kopf, da ist nämlich ein Durchgang. Das ist eins von denen, die ich im ersten Durchlauf, wo ich die Map Just for Fun gespielt habe, nicht gefunden habe. Das feiere ich gar nicht. das Ding ist viel zu schnell und ja. Wenn man den Zeitpunkt nicht richtig erwischt, ist man geliefert. So, leider noch nicht genügend Coins, aber gut, dann spiel mal weiter. hier ist wieder Secret Nummer 5, wir haben tatsächlich drei Stück ausgelassen, das sind auch diese drei, die ich im ersten Durchlauf ausgelassen habe. Man kennt's, aber ihr habt gesehen, es gibt keine XP, okay, also man musste nicht unbedingt suchen, dann lieber die Checkpoints einsammeln und wenn die Map irgendwann fertiggestellt ist, auch die Bonus Maps machen, also die Bonus Level. Die haben's in der ersten Map von Jury ja in sich gab, da gab's ja pro Checkpoint 1800 EP, wäre cool, wenn das hier tatsächlich auch wieder der Fall ist. Die Map werde ich mir auf jeden Fall wieder abzuspeichern, um sie nochmal mit meinen Kindern zu spielen. So. Einmal dahin, die Checkpoint einsammeln, die XP lassen wir nicht liegen. Hier das Gleiche. So, können wir mal gucken, hier gab's kein Secret, okay. So, aber hier ist wieder eins. Ihr seht, keine XP, also, man muss nicht unbedingt einsammeln. Wer möchte, der kann. Ich nicht. So, die nächsten XP und ihr seht, es gab keine XP, das verstehe ich nicht. Beim ersten Münzen abgeben gibt's XP, jetzt gab's keine. Da müsste Yuri vielleicht nochmal nachschauen. Wenn du das Video siehst, schau mal bitte nach, warum es dafür dann keinen XP gab. Ob der Fehler bei dir liegt oder irgendwo anders, wäre auf jeden Fall nice herauszufinden. Und ja, es gibt einige Map-Erbauer, die schauen sich die Maps auch bei mir an, bei einem No-Name YouTuber und Twitch-Streamer. Das sieht man daran, weil sich die Leute tatsächlich bedanken, dass man seine Maps gespielt hat und auf YouTube reint. Auch wenn man so klein ist wie ich. Und darüber freue ich mich immer. Und wir haben ja schon die eine oder andere Map tatsächlich gespielt. Ähm, scheiße, mach mal hin hier. Ah! Ach, bin ich bescheuert. Ich weiß, wie ich es das letzte Mal gemacht habe. So. Haha! Söhn. Söhn. Pupöchen. Und ihr seht, die Map ist wirklich einfach. Also, meine Tode waren tatsächlich total der Fail. Wollen wir mal. Oh. Zu nah an der Rückwand. Hier spiegeln sich halt die Level. Also, ich könnte sagen, es ist langweilig, weil es sich wiederholen. Aber die spiegeln sich hier bloß. Die sind halt spiegelverkehrt. Das meine ich damit. Aber bis jetzt gefühlt noch kein einziges Level, das sich mal wieder wiederholt hat. Und das ist richtig geil. So, Coins haben wir nicht genug. Und das Abgeben bringt sowieso nichts mehr, weil wir es schon einmal gemacht haben. Was ich nicht ganz verstehe, aber gut. Juri, guck dir das Video an und sag uns warum. meine Kehle wird ganz trocken vom Reden. Nicht gut. Müssen wir einen Kaffee trinken, ja. Aber ich sag mal so, schaut es euch mal an, jetzt gibt es sogar noch mehr XP. Ganz ehrlich, wer sich da beschwert, weil es wegen abgegebener Coins nichts gibt, der ist doch selten dämlich. Das ist zwar für die Auslage, aber es ist so. Jetzt trink ich Schluck Kalle. Rennen, das stört, dass ich gerade einen Schluck getrunken habe, schalt das bitte ab. Oder macht fähig, rennt irgendwo dagegen und ploppt auf. Okay, das hier verstehe ich ja sowieso nicht, also, ja, okay, Juri wird sich was dabei gedacht haben, denke ich mal. So. Nochmal bitte, danke. Das ist ja auch sehr interessant, das kennen wir so tatsächlich auch noch von keiner Map und das hört halt einfach nicht auf, es geht die ganze Zeit so weiter. Wartet, XP. So. hier wieder ein secret. wird. Wir haben immer noch keine 250. Schade. noch jo 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 jo. geschafft weiter geht's das war ein Abschnitt wo ich tatsächlich sehr oft versagt habe mal guck mal ob ich den Weg noch kenne im übrigen vor dem Durchgang ist die Grün versteckt das werden wir uns gleich mal snacken obwohl ich gesagt habe wir brauchen das nicht beim nächsten ist es ich habe es euch gezeigt wo es ist holt es euch nein es tut mir leid ich habe nebenbei die Playstation an wo mein Sohn gerade AFK rumsteht und XP fahrt auf der AFK XP Map die ich auch schon auf YouTube gebracht habe warum okay wir machen es ganz anders ich zeige euch jetzt wo das Secret ist das ist hier hinten und jetzt cheat mal hier mal ein bisschen denn man kann das kennt man so halt auch nicht dass es einfach wirklich eine komplette Strecke nur mit Speed Effekt ist also habe ich noch nie auf irgendeiner Map so gehabt wie es jetzt ist und man kann tatsächlich auch mal stehen bleiben nicht so wie bei anderen wo du wirklich durchrennen musst nein was mache ich denn so so und jetzt zeige ich euch es nochmal also ja ich habe abgegeben ich kriege keine XP dafür das ist ein bisschen traurig und schade äh 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 was war das lol wir haben einen kleinen Bug entdeckt und jetzt gibt es wieder ordentlich XP also 700 das hat es in sich Juri versteht sein Handwerk wäre schön wenn er sich mal irgendwie per Kommentar oder so bei mir melden würde oder auf meinen Discord kommt und damit mir ein bisschen Quatsch denn ich denke mal er wird Russe sein so wie sich sein Name anhört ja Russen sind nicht nur die Bösen aber das ist ein anderes Thema Russen haben im Übrigen schöne Frauen äh so dadurch dass Sprinten aktiv ist kann man hier auch so ein bisschen und so ne hier seht's wow was war das stopp mal den nehmen wir mit so war klar dass ich ihn da erwische weil es ein Deckenfall ist warum der Spaß hört nicht auf es geht weiter nein ich hasse Deckenfallen warum macht ihr sowas warum ärgert ihr mich so ich nehme jetzt jede Deckenfalle mindestens einmal mit aber bei dem XP ich beschwere mich da nicht da beschwere ich mich nicht so sowas ähnliches hatten wir tatsächlich schon mal so kenne ich es auch noch nicht richtig nice richtig richtig nice so und da haben wir ein wunderschönes Level ab das gefällt mir sehr gut hier oben ist ein verstecktes Secret bitteschön fürs zeigen und hier geht's weiter was war denn jetzt warum hab ich das nicht geschafft ich bin zu früh abgesprungen die Stulli warum warum so macht man das ja und hier kriege ich nicht genug Speed drauf so 20 Minuten gespielt 8000 EP es ist wirklich sehr entspannt bis auf dieses eine Level hier äh warum musste ich jetzt da hinten starten so da haben wir das auch geschafft das haben wir auch geschafft hä okay das darf gar nicht vorkommen so muss es nämlich sein okay links rechts nein nochmal scheiße so hier sind wir links hier ist Mitte hier ist rechts hier ist wieder Glaube links hier war rechts hier war Mitte genau merkt es euch das mag ich nicht äh okay ich mag das nicht vor allem wenn die so schräg und kreuzter quer gemacht sind sorry aber so gerade okay wenn man sie erwischt aber kreuzter quer ist tatsächlich nicht mein Fall und man kann die einfach nicht einschätzen warum warum gibt es so eine Teile überhaupt in Fortnite was soll das die springen nicht richtig ich will jetzt nicht sagen dass äh hier Scheiße gebaut wurde an dem ganz im Gegenteil guckt euch das doch mal an wie die bouncen die bouncen nicht richtig das ist doch totaler Schwachsinn na wieder kein XP naja kommt vor wir kriegen aber hier gerade über 1000 EP pro Checkpoint also ich beschwere mich da nicht drüber ein Level Up haben wir ja schon und wir kommen dem nächsten tatsächlich sehr nah nice nice also für alle die äh lieber XP per Map farm weise totale wie soll ich sagen weil Solo und sowas nicht für euch nichts für euch ist dann spielt einfach Juri's Maps ihr seht hammergeil Bordnisch XP und wenn man die Maps ich sag viermal am Tag spielt wohnmittags zweimal nachmittags zweimal oder nachmittags und abends oder so ist ja egal wann es lohnt sich das war knapp so einmal nach da hinten da gibt es nichts hier ist wieder ein Secret ähm und da hammer die Map tatsächlich schon geschafft ich will mich nicht alles täuschen hier gibt es noch mal 1000 EP yo wir haben die Map durch ihr habt es gesehen die hat es in sich sie ist geil abwechslungsreich mir ist nichts aufgefallen was sich wiederholt also ja es lohnt sich spielt einfach mal die Maps von Juri und Mapcode ist in der Videobeschreibung wenn ihr Maps für mich habt schreibt es mir bitte in die Kommentare ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen der ist auch wichtig für den YouTube Algorithmus dass meine Videos euch immer regelmäßig angezeigt werden lasst ein kostenloses Abo da ich lade in der Woche zwei Videos hoch wo ich Maps spiele und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag Wünsche